Ihr Mäuse, wir sitzen jetzt hier im Nancy's. Nancy's ist ein Restaurant an der Potsdamer Straße. Wir trinken beide Saftschorle. Genau, ich nehme Maracuja-Saftschorle. Und ich nehme Bier-Saftschorle. Oh, jetzt habe ich mir auch die Strumpfhose geschwappert. Oh nein. Hallo, ich bin Annemarie Eilfeld. Ich bin Sängerin und Moderatorin hier in Berlin. Und ja, wenn ihr mich hören oder sehen wollt, dann klickt einfach auf meine Internetseite oder schaltet Radio B2 ein. Yay. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben. Weißt du das noch? Also du hast mich irgendwann mal zu deiner Rekord-Release eingeladen im Felix. Genau. Ich glaube, das kam über die Stöckel wahrscheinlich. Da haben wir uns über die Stöckel vielleicht kennengelernt oder so? Nee. Warte mal. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt beim schwulen Straßenfest in der Motzstraße. Ja. Wo du irgendwas gemacht hast. Ich möchte bitte noch was über den Entschlackungskampf wissen. Ja. Wir waren ja eigentlich bei Taf stehen geblieben. Genau. Du warst da zur Nicht-Entschlackung, wie hieß das? Das heißt Entgiftung. Entgiftung. Ja, also das ist richtig so, den Körper auf Null quasi wieder runterbringen. So. Da waren also Anneliese Rotenheger, Rocco Stark und der Tennis-Spieler, den ich nicht kenne. So. Und dann wolltest du mich vorhin erzählen. Und die Angelina Heger, da hat dir jeder vorher schon gesagt, ui, pass auf, das ist eine Scheißkuh. Darfst du das überhaupt alles erzählen? Klar. Nicht, dass du dann wieder Ärger bekommst oder so? Von denen ist mir doch egal, wenn es wichtige Leute wären. Gut. Ja, du wirktest auch so, also ich habe die erste Folge, wie gesagt, nur gesehen und du wirktest auch schon von Anfang an angepisst wegen der anderen drei. Nee, gar nicht. Also das war ich das. Nee? Nee, nee. Also das sah dann wirklich nur so aus. Okay. Ich mag das halt nur nicht. Also ich finde es immer so ein bisschen anstrengend, wenn Leute sich die ganze Zeit in die Kamera drängeln und nur überlegen, was sie machen können, um aufzufallen, um in der Kamera stattzufinden, um die Sendung zu bereichern durch ihre Anwesenheit. Und so bin ich halt gar nicht. Ich stehe dann einfach nur daneben und ich mache das, was ich sowieso immer mache, ohne nachzudenken. Und wenn es lustig ist und wenn es funzt, dann ist es lustig und dann ist es schön und wenn nicht, dann nicht. Und sag mal, und hat die Angelina Heger... Das ist immer so anstrengend, so dieses und ich halte mich dann immer zurück. Ich bin dann immer so, ich gehe dann immer so... Die quatscht in einer Tour, die Anna-Maria. Weil die Anna-Maria hat sich jetzt nämlich erst mal Schwenachos bestellt, ja, mit extra Guacamole. Hat die mal ihre Titten gezeigt, die Angelina Heger? Ja, klar, die war auch schon ein Playboy. Ne, ich meine da bei euch da in eurem... Ne, sie macht sie immer auf Pastorentochter und ich habe einen Freund und so weiter und so weiter. Ach so, ja. Hast du die Frauke Ludwig schon mal kennengelernt? Ja, ich finde die sehr nett. Also ich kenne sie ja nur aus dem Fernsehen und ich bin mit der groß geworden. Wir auch. Ja, alle, wir alle. Ich bin mit Frauke Ludwig durch meine Pubertät gegangen. Ist so. Ist so, ja. Möchtest du ein Nacho? Ich nasche mal mit. Ja, sprich mit. Du warst in meiner Late Night. Hast dir eigentlich gefallen in meiner Late Night schon? Ja, total lustig. Ja, ich weiß es noch. Ich war so lustig. Ich habe nur gelacht. Du hast auch diese Claudia Jung-Story erzählt. Christina Bach. Ich verwechsel immer Claudia Jung und Christina Bach. Das ist nicht die einzige. Was war das schlimmste, was du für die blöde Christina Bach machen musstest? Fragezeichen. Was war das Schlimmste? Das ist ganz schwer zu sagen. Alles war schlimm. Ich glaube, das Schlimmste war... Der Sex. Ne, sie zum Auftritt fahren und ihr vor dem Auftritt die Haare zu machen, weil ihre Haare bestehen aus vier echten Haaren und der Rest ist Extension und sie ist auch dermaßen empfindlich, man hat richtig Angst, das anzupassen. Und ja, ich schwöre. Und es war total schwer. Kennst du das, wenn man so Angst hat, was kaputt zu machen? Und bei mir war das so... Ich stand da mit dem Glätteisen und so... Oh, hallo. Wir machen hier ein Interview. Verdammt nochmal. Einmal mit professionellen Menschen. Wie lange singst du jetzt? Klingt wahnsinnig krass, wenn man so bedenkt. Und so, dass man ja hier noch so jung ist. Aber 15 Jahre mit dabei. 15 Jahre? Du bist 26? Du hast mit 11 angefangen. Mit 11 Geld schon verdient mit Musik. Das zähle ich jetzt. Das zähle ich jetzt. Also auf der Bühne gestanden habe ich schon mit 5, aber wenn ich rumlaufe und sage, ich habe jetzt bald 20-jähriges Bühnenjubiläum, das glaubt mir kein Mensch. Das stimmt schon irgendwie ein bisschen. Das stimmt, aber wirklich. Und seit 15 bin ich auf der Bühne. Wie und was hast du als 5-jähriges Kind auf der Bühne gemacht? Gesungen? Weihnachtslieder? Ja. Also die Annemarie? Ja. Siehst die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit. Das ist ein Vibrato nennt man das, ne? Siehst das auf Hängelein singen. So habe ich früher gesungen. Mittlerweile singe ich Lieder von Frieden. Das ist aber ein ordentliches Gerät hier nochmal. Lecker, ne? Ja. Ich habe mir die Achse nicht rasiert. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Ja, guck doch mal hier. Ich meine, sieht man das überhaupt hier auf der Kamera? Nee, sieht man gar nicht. So, lass uns bitte nochmal kurz. Du bist also gerade, du gehst gerade ins Studio, weil du eine Hitsingle. Genau. Du willst die Hitsingle machen. Ja. Wie lange arbeitest du da jetzt schon dran? Also, viele Stunden, auch teilweise Nächte. Also ich sitze da, kann man sich so vorstellen, ich sitze da halt mit drei geilen Songschreibern und Produzenten. Ja. Die auch schon viel gemacht haben, auch international. Ich verrate aber noch keine Namen. Natürlich nicht. Meine Plattenfirma wollte gern, dass ich wieder ein Album mache, aber ich sehe es einfach nicht ein, wieder so 14, 15 Songs zu machen, die auch gut sind, also die auch wirklich gut sind. Und ja, es geht einfach so an den Leuten vorbei, weißt du? Ich will halt so einen Hit haben. Ja, und dafür gibt es aber kein Geheimrezept, ne? Nimm eine Million Euro und dann schaffst du einen. Also, das ist wirklich deine Theorie. Je mehr Geld... Das ist nicht meine Theorie, das ist so. Je mehr Geld, desto größer ist die Chance. Klar, du kannst alles kaufen heutzutage. Ja, aber ich meine, also weißt du, zum Beispiel in der aktuellen Popmusik zum Beispiel, um mal kurz in den Popbereich zu wechseln, mich langweilt die aktuelle Popmusik extrem, weil sich alles gleich anhört. Das stimmt. Man kann die alle nicht mehr unterscheiden, ob es irgendwie eine... Das stimmt, vor allem die Sänger, vor allem die Männer, finde ich. Aber die Frauen auch. Also, ich finde zum Beispiel, dass diese Bonbon-Frau aus Albanien genauso klingt wie Rihanna. Ja, ja, ja. Go, 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 alle, 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 von Ricky Martin. Ach, dieser Fußball-Song, ne? Oh, den hasse ich ja. Echt? Oh, ich finde aber auch Ricky Martin fürchterlich. Wirklich? Ja, den könntest du mir nackt auf den Bauch binden. Was? Oh Gott. Widerlich. Widerlich. Neulich war ich hier bei Wulle, bei Wullworn vorne. Da habe ich Hundefutter gekauft. Ah ja. Für dich oder für einen Hund? Nur für mich. Ich erinnere mich ausschließlich von Hundefutter. Das ist eine Figurgeheimnis. Fleischliche Restprodukte. Und dann lief von Sarah Connor all deine Farben, oder wie das heißt. Deine Farben, wie schön du weißt du nicht, wie schön du bist. Und da habe ich mir das Album runtergeladen von Sarah Connor. Und ich bin, ich bin wahnsinnig begeistert von diesem Album. Ich finde, das ist wunderschön geworden. Was sagst du dazu? Ne? Ne? Ich bin großer Rosenstolz für ihn. Also es hätte mir eigentlich gefallen müssen. Ja, ne? Aber tags nicht. Und weil... Hat mich nicht gekriegt, weil es mich nicht gekriegt hat. Schade mich total. Ich weine die ganze Zeit. Ja? Ja. Die berührt mich so dermaßen, dass ich am Heulen zu Hause komme. Ich gar nicht, weil ich weiß, dass es bei ihr nicht echt ist. Weil ich weiß, dass sie das nur macht. Ich war mal, ich war mal vor Jahren, war ich mal in einer schwulen Sauna hier in Berlin, zum Bumsen. Ah ja. Und da stand Peter Plate. Er hat sich... Da kann man so Kabinen mieten, wo man sich dann zurückziehen kann, um dann zu Bumsen. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, jetzt weiß das. Und kostet aber natürlich extra. Und da stand Peter Plate den ganzen Abend, ähm, paarungsackwillig, an seiner Tür. Und niemand wollte mit Peter Plate bumsen. Und der hat mir so leid getan, dass ich kurz davor war, einen Mitleids-Fick mit ihm zu machen. Habe ich aber dann doch nicht gemacht, weil der ist ganz klein. Wen hast du schon so nackt gesehen, die man kennt? Ja. Ich bin der Lisa. Kennst du die? Ja. Beim Echo habe ich sie gesehen, ähm, da war sie mit ihrer Mama, beim Echo. Und, ähm, ich war sehr, also ich war sehr erschrocken, weil sie wirklich, ähm, vom Aussehen her, könnte es jetzt, es ist jetzt nicht böse gemeint, es soll so eine Beleidigung sein, aber wenn du sie vom Aussehen siehst, könntest du sagen, sie ist vielleicht so um 40. Ach so, durch die ganzen Operationen? Die machen nämlich älter. Auch das Ausgezerrte, das Ausgezerrte, so die Hände und die ganzen, überall tätowiert, die ganzen Arme ist eigentlich kein Platz mehr frei. Ach, das ist ja egal. Und, aber innerlich, wenn sie redet, denkst du, sie ist ein achtjähriges Mädchen. Ah ja. Ja, ähm, ich will noch was trinken, so, sie ist richtig kaputt, sie ist kaputt. Aber warum, meinst du, die hat irgendwie ein Drogenproblem, oder? Das weiß ich nicht, aber ich glaube einfach, diese ganze Medienlandschaft hat sie zerstört. Ja. Ich glaube, das war so eine, die wollte einfach lustig sein und Spaß haben und hat einfach ab und zu auch mal einfach nachgedacht, einfach gemacht, weißt du? Natürlich. Und Gina-Lisa hast du mal nackt gesehen wohnen? Na ja. Ach so, du meinst jetzt so im Fernsehen, oder was? Ja. Ne, ich mein doch so in echt. Also das Schlimmste, was ich mal gesehen habe im Backstage war, da hat sich ein Travestie-Kollege, also ganz entfernt nur Kenne, braucht jetzt gar nicht drüber nachdenken, wer sein könnte, wohnt nicht in Berlin, hat sich ausgezogen im Backstage, auch schon älterer Herr und auch ein bisschen, naja, einfach schon so ein bisschen breiiger Körper auch. Und dann wückte er sich nackig und dann hingen die Eier, die hingen ganz lang, fast bis zu den Knien runter und unten waren dann hier so die zwei Eier. Da hört nichts mehr mit dem Burger heute. Ich werde nur ein paar Pommes essen. Ja, das ist... Ich werde nur ein paar Pommes essen lassen. Oh, guck mal. Ja. So, wir machen jetzt ein Selfie, ist ganz wichtig. Warte, Moment. Ich bin da nicht. Kennst du schon die T-Rex-Hand? Ne. Das ist der neue Selfie-Trend. Habe ich in einen Touch gelesen. Wie ist die? Ähm, so. Du bist doch ständig... Ich bin nur damit beschäftigt, mich zu restaurieren. Ich wollte gerade sagen, Generalüberholung. Ist so. Weißt du, Füße, Nägel, Wimpern, was noch? Macht nichts anderes. Hast du Extensions drin? Ja, natürlich. Natürlich. Echt, ja? Ja. Oh, Tatsache. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. Also, ich bin eigentlich permanent nur damit beschäftigt, mich wieder auf Vordermann zu bringen. Immer so, wenn... Und hast du schon mal irgendwie was machen lassen? Ne. Nein? Aber du würdest, wenn es Zeit ist? Weißt du, wie ich später aussehe als alte Frau? Oh, jetzt kommt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, toll. Oh, das steht ja. Sieht leicht asiatisch dann aus. Toll. Wie sehr hat es dir mit mir gefallen, Annemarie? Wie sehr hat es mir gefallen? Ja? Ich habe sehr viel gelacht. Ja? Ich habe gut gegessen und bin jetzt ein bisschen satt und bin jetzt ein bisschen schlecht. Ich habe wieder übertrieben. Du kannst gerne mal rülpsen, wenn du willst. Ne, muss ich nicht. Okay. Muss ich gar nicht. www.facebook.com slash Eilfeld. 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 Und sie finden mich auch auf Snapchat. Ach, den Snapcode muss man jetzt zeigen. Oh, ja, ja, ja. So sehe ich aus. Für Snapchat bist du total aktiv. Wollen wir noch Witze erzählen? Kannst du einen erzählen? Hast du einen Lieblingswitz? Ich bin ja gar kein Witzeerzähler. Ne? Ich kann, äh, ne, ich, ne. Wissenschaftler haben herausgefunden und sind dann wieder reingegangen. Oh, da brauche ich noch mal kurz eine Sekunde, bis ich ihn verstanden habe. Ja. Ist aber auch nicht so lustig. Ne, ist nicht so lustig. Aber es ist ganz nett. Aber, ähm, zum Beispiel, jetzt treffen sich zwei, sagt der eine zum anderen, äh, was machst du eigentlich beruflich? Sagt der, ich mache Schlüssel nach. Der andere so, okay, und was mache ich Schlüssel so? Ja. Ach, Annemarie, kannst du doch einen richtigen Knaller jetzt mal erzählen. Eine Blondine, eine Rothaarige und eine Schwarzhaarige gehen in die neunte Klasse. Wer von den dreien hat die größten Brüste? Ich würde sagen, die Blondine ist ja wahrscheinlich nicht so. Ja, und warum? Warum? Warum die die größten Brüste hat? Ja, keine Ahnung. Also, die Blondine war schon richtig. Und warum? Ja, neunte Klasse, sie ist schon neunzehn. So, Mäuschen, wir sagen Tschüss, weil ich hab jetzt auch keinen Bock mehr. Ich will dir aus dem Fummel raus. Wir sagen noch Raptor Hand und T-Rex Hand, vielen Dank, dass du dich hier mitgemacht hast, mein Schatz. Und, äh, wir machen mal wieder irgendwas zusammen. So wie man zwar uns in der Branche sagt, wir müssen mal was zusammen machen. Ja, wir müssen echt mal Berenias drüber, hier beim Essen. Tschüss. Sharing is caring. Und, äh, wir machen uns in der Branche. 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 Vielen Dank.